Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 4 und ich wollte euch heute in diesem Video eigentlich nur eine kleine Ankündigung machen, dass ich Twitter habe. Ja, YouTube Gamescom hat Twitter und das wollte ich euch nur sagen und mein Twitter-Account auf Twitter ist YouTube Gamescom. Wer noch kein Twitter hat, sollte sich mein Twitter zulegen. Ich finde Twitter eine coole Sache und ist auch relativ schnell gemacht. In zwei Minuten ist man eingeloggt und ja, ich heiße dort YouTube Gamescom, genauso wie auf der PS4 und da könnt ihr mich gerne adden. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann können wir auch quatschen, weil auf der PS4 das ist alles so ein bisschen zu kompliziert zu schreiben und da gibt es Leute, die haben keine PS4 und auf YouTube kommentiere ich ja kaum, weil bei manchen YouTubern, wo ich kommentieren möchte, es nicht funktioniert. Hier, da steht ein Netzwerkfehler, irgendwas und noch so eine komische Zahl. Genau weiß ich das jetzt nicht, aber ist ja auch egal. So, der hat das Spiel verlassen, das ist ja sowas von klar. Und wir haben hier einige gepanzerte Kuruma und das verschwindet natürlich auch, weil er natürlich sich verpissen muss. Er hat natürlich gesehen, YouTube Gamescom ist in seiner Lobby, da hat er sich mal lieber aus dem Staub gemacht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mich auf Twitter-Follower hast, so wie das heißt, folgst, wenn du mir auf Twitter folgen tust. Und ja, ein paar Follower habe ich schon. Und vielleicht werden das natürlich mehr. Ich hatte damals relativ viele Follower, das waren mehrere tausend Follower, aber ich habe ganz viele Leute angenommen, einfach so als Freund, also man kann ja Leute annehmen, alle gefollowered, oder wie nennt man das, ich weiß es auch nicht, alle angenommen, tausende Leute angenommen, in der Hoffnung, dass sie mich auch annehmen. Und im Endeffekt wurde ich von Twitter suspendiert. Ich wurde gesperrt. So, der Account ist dann ein bisschen rumgedümpelt und nach einiger Zeit, das war tatsächlich, hat fast drei Jahre gedauert, bis der Account gelöscht war. Dann war ich ohne Twitter und dann kürzlich ist mir aufgefallen, hey, YouTube Gamescom ist ja gar nicht mehr auf Twitter. Und da habe ich ihn schnell erstellt, den neuen Twitter Account. Und jetzt habe ich wieder YouTube Gamescom als Twitter Account. Ich glaube, ihr habt gerade nichts verstanden, was ich gerade gesagt habe, oder? Naja, ist auch nicht so schlimm, ist ja auch nicht so schlimm. Leute, wir haben doch hier ein Sturmgewehr. Eine AK47 oder eine AK74, bin ich mir nicht sicher, was ich bei einer Waffe ist. Auf jeden Fall sind die Polizisten in GTA nicht gut ausgestattet. Wen, wen haben wir denn alles hier? L-Gamer 99. Ich bin ja immer noch im Zombie-Cowboy-Clan. Ich bin natürlich nicht der Leader, um Gottes Willen. Das bin ich nicht. Sondern ich bin ein ganz normales Mitglied in dieser großen Clan-Gemeinschaft. Genau. Okay, immer im Video, was habe ich jetzt gerade besprochen? Ja, es geht auf jeden Fall um Twitter. Ich habe jetzt Twitter, YouTube Gamescom, heiße ich dort. Und ja. Schreibt mir ein nettes Kommentar. Da freue ich mich auf jeden Fall. Wen haben wir hier noch? Hey, muchias gracias, sombrero. Du bist ein Mitglied der Losettas. Jetzt muss ich dich leider... Leider muss ich dich schrottisieren. Oh, we back. Okay, der ist auch tot. Toll. Guck mal, wir bringen alle um. Das ist doch toll. Das kann man in GTA machen. Und mein Vermögen ist auch gut. Ich habe mein gepanzertes Fahrzeug verkauft. Hat mir 225.000 Dollar gebracht, das gepanzerte Fahrzeug. Ich wollte es einfach nicht mehr haben, weil es einfach so schwach gepanzert war. Ich wurde immer wieder erschossen in einem gepanzerten Fahrzeug. Es reichen hier ein paar Schüsse und das Panzerglas zerbricht. Und das hat für mich keinen Sinn, so ein Auto zu haben, wenn das Auto so schnell im Arsch ist. So, also Leute. Macht euch bereit auf den Weg von... Geht auf Twitter, sucht YouTube Gamescom. Vielleicht findet ihr mich ja. Na, und dann schicke ich euch vielleicht ein privates Video. Nur für euch. Ciao. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Leute. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation. Guck mal, da hinten ist Keksdose. Was ist das jetzt? Nein. Was ist das denn? Aufnahme. Ah ja. Ciao.